Das Leben ist ein Lais, die jeder auf der Erde durchmacht. In diesem Leben machen wir viele verschiedene Dinge durch, Höhen und Tiefen. Gut und Schlechte Dinge passieren, es gibt Katastrophen, die wir gewirkt haben, es gibt Katastrophen, an denen wir keinen Anteil haben, aber wir akzeptieren alles und das Leben geht weiter. Was ist das Leben für dich? Wie meinst du das? Heute sind wir in der Stadt Berlin, eine Stadt, die wunderschön und sehr hell aussieht. Es ist ein Staat mit einer großen Bewecklung, die aus allen Gesellschaftssichten und aus verschiedenen Ländern kommt. Dieser Mann war unter diesen Leuten, er kommt aus den USA, wo er herkommt. Sein Deutsch ist nicht so gut wie meines, aber er versucht es und lächert, dann geht das Leben weiter. Was ist das Leben weiter? Ich heiße Mikael. Mikael. Ja. Meine Frau kam aus Berlin und habe eine Kinder, wenn ich wohne in New York und wenn die nächsten Kinder kommen. Wir haben entschieden, um in Berlin zu gehen. Es ist besser für die Kinder hier. Obwohl ihr seit acht Jahren in Berlin lebt, spricht er immer noch nicht gut durch. Das könnt euch überlassen, aber es ist wahr. Die Tatsache, dass er nicht gut Deutsch spricht, bedeutet er sehr, da er viel Opportunities nicht greifen kann. Er sagt, dass aufgrund des Alltags, zum Beispiel seine tägliche Arbeit, sogar Kinderbetreuung, wo er sowieso nicht tun würde. Deutsch lernen ist sehr schwer. Ja. Ich habe erwartet, wenn ich hier verliebte, dass ich es viel schneller bekomme. Ich habe eine Klasse in New York 15 Jahre vor. Vor vier Monaten, am Samstag, vor zwei Stunden, und ich habe ein EU-1-Zertifikat. Aber vor fünf Jahren, ich sprach kein Deutsch. Und dann, wir haben hier. Ich habe kein Deutsch. Ich habe kein Deutsch, ich habe kein Deutsch. Ich habe kein Deutsch. Meine Arbeit ist in Englisch. Und ich habe kein Deutsch. Und ich habe kein Deutsch. Und ich habe kein Deutsch. Und so vor sieben Jahren, ich habe kein Deutsch. noch in Deutsch Klasse. Und jetzt, in meinem Freetime, ich habe ein E-Labs mit Englisch-Speakers. für die Leute mit our smile is fun the others are angry it's common here mit ein bisschen Deutsch is not so easy for Kinder und besprachen mit Schule oder Schopen it makes things harder in New York life is hard for die normal Leute Liebe in New York is very tough here in Berlin Willen Programme from the state yeah life is easier wie Andele Berina sagt Michael dass er mit der Liebe zur Stadt Berin aufgewachsen ist und dass sein Wunsch war diese Stadt zu besuchen er hat nicht nur die Stadt besucht sondern lebt er hier in dieser Stadt Stadt seines Traumes I was going to be I was going to be I believe he was the bike paths I don't know how to say that in German sorry yeah there's many parks right Miriam Park in and Groen in Alice the city this is what I love yeah I like there's many great things about it um I will the 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 it's grau it's six monat aber in Frühling und Sommer it's sehr sehr schön okay und dann Fahrrad ja die Berlin Zoo und der Tierpark wunderbar für Kinder und ja there's much to do the museum museum island er hat glück als er sich vor 14 jahre in einer frau aus deutschland in new york verliebt und mit ihr zusammen lebt und nach einiger zeit in den usa haben beide beschlossen nach deutschland um zu ziehen und dort zu leben nach seiner ankunft in deutschland war das Leben für ihn angenehm und er hat weiterhin die schön stadt genossen die stadt seines traumes da er für verschiedene dinge daran zu lieben hatte ich wohne in dsoud neer vandenberg i love this it's farm country almost very but exploring the city grunewald michael Er sagt, er habe nicht vor Berlin zu verlassen und nach New York zurückzukehren, obwohl er seine Familie dort hat. Das war eine große Veränderung, weil ich aus New York komme aus New York zu schnell bin. New York ist mein Zuhause, also gibt es Dinge, die ich in meinem Herz missen habe. Aber Familie ist alles. Mein Kind ist hier, meine Mutter und Papa. Ich habe in New York, habe in Florida. Meine zwei Sister, zwei Schwester. Eine in New York, eine in North Carolina. Und ich habe vielen Tante und Onkel und Cousinen in Florida, Pennsylvania, Australia, Italia. Jetzt habe ich keine Hause. Ja, ich verstehe. So, do you live together with your family here? Nein. Ich habe zwei Wochen mit meiner Ex-Frau. Okay. So, heute sind Sie single oder haben Sie eine andere Frau? Nein, ich bin jetzt single. Okay. Mein Ex ist, uh, mein Ex ist, uh, New. Letztes Jahr. So... Okay. So, so, so. So, so, so. So, so. So, so. In den acht Jahren, die er in Berlin lebt, möchte Michael Menschen, die in Berlin leben, beziehungsweise arbeiten möchten, hart anbieten. Du musst aber eine Arbeit erst. Ja, jetzt Deutschland, habe wille Arbeit, aber keine Person mit keinem Deutsch, hat keine Chance. Aber du hast etwas zu tun hier, ohne Deutsch? Ich habe, aber jetzt ist es viel schwieriger für den Jobmarkt. Sehr, 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 sehr. Ich bin natürlich in viele, viele Gruppen für Englisch-Speakers in Berlin. Und er hat sich ja sehr, sehr, sehr in die Leute auslösst, dass sie nicht so ansteigen. Wenn ich hier first getrente, ich konnte den Ge Ride kommen, Ich hatte die Möglichkeit, die German-Klasse durch den Jobcenter, aber ich habe einen Job. Und als ich das Job habe, habe ich keine Zeit für Deutsch studiert. Ich glaube, wenn ich hier bin, würde ich Deutsch lernen schneller, als ich überrascht. Aber ich war nicht wirklich überrascht. Aber ich bin ein Traum. Und das ist es. Ist es, ich denke, noch etwas anderes, was du über dein Erfahrung zu erzählen? Ja, ich meine, wenn du willst, wenn du zu Berlin besuchen möchtest, I think you need to come the first time in spring or summer, enjoy many of the finer things that they offer when it comes to exploring the city, seeing some of the sights, the landmarks, the history. There's good and bad things obviously with the history, but you need to embrace it. We live in a culture where people don't want to learn the history. They just want to go with their feelings, not learn the facts, not know really what happened to lead up to these points. And it leads to being uninformed or misinformed and having court judgment. So in Berlin, it's a very open city. And I've seen some wild things and I've seen some amazing things. And you need to embrace every aspect. I love Berlin as a city. It's one of my favorite cities before I moved here. Just because of the culture. But it's for a big city, it's small. Thank you very much for all the people who have watched this interview. Please be so nice and subscribe to our channel to stay all over the different shows on the way. Sie waren mit Jules Jean-Pastengaro bei Leut TV. Auf Wiedersehen.